Chalvea kocht. Heute Bola Lott Bowl à la Chalvea. Als erstes, das Besondere sind die Blätter. Das sind La Lott Blätter aus Vietnam. Gibt es im gut sortierten Asiamarkt. Die werden erst gewaschen und dann nach Größe sortiert. Je größer, desto einfacher kann man damit die kleinen Röllchen machen, die wir hinterher machen wollen. Erstmal nehme ich die offensichtlich großen raus und die etwas kleineren kommen auf die andere Seite. Die braucht man später noch. Dann nehme ich die kleineren nochmal und sortiere sie durch. Und wenn die sortiert sind, werden die kleinen fein gehackt. Je feiner, desto besser. Kann man natürlich auch mit der Hackwippe machen, zum Beispiel mit der Kräuterwippe. Ich mache das mit dem Messer so. Das hat sich für mich ganz gut erwiesen. Zusammenrollen, längsschneiden, querschneiden, ein bisschen rüberhäckseln, fertig. Da kommen die Zwiebeln. Ich nehme gerne rote Zwiebeln. Original kommt da Schalotten rein. Einrützeln, würfeln, fertig. Dann noch Knoblauch. Ich presse den Blatt, dann kann man besser die Schale rausmachen. Muss ich zweimal machen, habe ich gut genug geklappt. Mitte raus. Und dann häckseln. Und zwar wirklich hacken und nicht pressen. Hat irgendwas mit dem Aroma zu tun, habe ich mal gelesen. Kommt Hack rein und Fischsoße, zwei bis drei Esslöffel und dann wird das Ganze gemischt. Als nächstes Salz und Pfeffer. Da soll ein bisschen viel Salz zugeben. Vom Pfeffer her war es aber genau richtig. Ich mache das gerne nach Augenmaß. Dann kommt es in den Kühlschrank und muss mindestens zwei Stunden ziehen. Heißes Wasser, damit man die Blätter hinterher besser biegen kann. Dann wird das da reingezogen. Außenseite nach unten. Kleines Fleischportionchen und wickeln. Die Schaschlikspießchen stecken. Und rollen. Nochmal. Außenseite nach unten. Fleisch rein. Seidenklappen. Wickeln. Aufstecken. Und das jetzt so lange, bis alle Blätter weg sind. Ich hatte so viel Hackmasse, ich hätte die doppelte Menge Blätter machen können. Ich habe das Hack dann hinterher einfach gebraten. So sieht das dann aus. Kommt Fett in die Pfanne. Ich nehme hier gerne Butter, sonst nehm ich Olivenöl. Und dann werden die Spieße gebraten. Bisschen wenden. Kann auch sanft garen mit einem Deckel drauf. Und dann sind sie fertig. Ich mache das gerne in der Bowl. Salat, Soja, Spossen, Reisnudeln. Und die Röllchen. Zitronensaft drüber. Limette dazu. Voila. Fertig. Guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020